Hey Leute, wir sind heute hier, Center of Moving Arts, und zwar gibt es heute eine Dance-Competition, die MEG. Und wir wollen jetzt ein paar Leute mal interviewen und mal ein bisschen was fragen und so. Mal schauen, wie viele Leute überhaupt interviewt werden wollen. Aber, kommt mit! Hey, warte, ihr könnt euch ja vielleicht mal vorstellen, wie heißt ihr denn? Naja. Ja, seid ihr aufgeregt? Jaaa. 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 Ich hab dir gesagt, immer ein bisschen im Testament. Naaa. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.